Ein wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie soll das so sagen? Vielen, vielen herzlichen Dank für die 60 Abonnenten. Wir haben jetzt schon über ein paar Wochen jetzt schon wieder die 60 Abonnenten geknackt. Vor etwa ein paar Monaten, also ein paar Wochen haben schon die 60 Abonnenten erreicht. Ja, ansonsten vielen Dank für den krassen Support. Ey, das ist wirklich das krasseste Support in der ganzen Welt. Ein besonderes Dankeschön an euch allen hier, dass ihr meine Videos immer liked und kommentiert und sonstiges. Als kleine Nebeninfo, ich habe jetzt meinen eigenen TikTok-Account, da ich bin ja der Killer YouTube. Gerne mal vorbeischauen, Link ganz oben in der Videobeschreibung. Könnt ihr meinen TikTok-Kanal-Followern lassen? Hoffentlich, dass wir es schaffen, die nächsten 20 Follower auf TikTok zu machen. Da lade ich so Witze-Videos hoch hier, auch von Stots. Stots-Videos gibt es immer bei Montag und Sonntag, es ist täglich wieder. Montag und Dienstag sind ganz normale Videos hier. Weil Mittwoch, Donnerstag und Freitag, Samstag und Sonntag habe ich echt keine Zeit dafür, weil ich muss sonst Videos machen und sonstiges. Aber, es kommt wieder mal ein normales Video heute. Als Anlass von 60er Modellen Spezial werde ich ab nächsten Dienstag, ab nächsten Dienstag, wache ich wieder noch einmal einen kompletten Song draus, über ein Cover von der Gummibär-Song. Wie Gummibär-Song, von mir gesungen. Hoffentlich, dass ich die Texte irgendwann verstehe und sonstiges. Weil ich muss es mal einüben, eintexten und sonstiges Sachen hier. Aber, ausgrund des Cover-Ride-Problemes bei YouTube, werde ich das auf Video hochladen. Da habe ich auch einen Video-Account, wo es wegen Cover-Ride-Problemen und sonstiges gibt, lade ich sowas hoch. Das Cover-Song als 50-Abo-Spezial wird es auf dem Video-Account. Oder vielleicht auch noch auf, ähm, auf einer anderen Plattform und sonstiges Sachen hier. Ja, das müsste eh noch wieder funktionieren, wenn da wieder Cover-Ride-Probleme bei, ähm, YouTube wieder geht, wieder nicht geht hier und sonstiges Sachen hier. Ja, aber sonst ist doch eh alles klar, was da jetzt los ist und warum jetzt wegen Cover-Ride-Probleme geben. Ähm, und, ja, sonstige Sachen, das ist doch alles klar. Ähm, morgen gibt es wieder nochmal ein normales Video. Damit verabschiede ich mich wieder mal. Morgen gibt es wieder den zweiten Teil des, äh, Infovideos, wo ich wieder über die ganzen neue Videos auf nächsten Montag und Dienstag mache. Heute, heute mal ein ganz normales Video, also bezüglich zum Infovideo und sonstige Sachen hier. Ähm, gerne meinen Kanal abonnieren, gerne auf TikTok folgen, auf Twitch folgen, da heiße ich Peter der Killer YouTube und auf Twitch Peter der Maker. Gerne mal vorbeischauen, lasst gerne einen weiteren Follower da. Ansonsten, Leute, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns dann wieder auf Twitch oder auf TikTok, wenn ihr das gerne sehen möchtet. Alles dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Outro